Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich im Windpark Freiamt unterwegs, auch nördlich von Freiburg. Das ist der benachbarte Windpark zum Windpark Biederbach, den ich jetzt schon oft gefilmt habe. Hier hinten ist der Windpark Biederbach mit drei Anlagen. Die E103 und die E92 laufen beide. Hier drüben ist die E138, EP3. Leider immer noch nicht am Netz. Das dauert echt ganz schön lange. Ich bin gespannt, ob die dieses Jahr noch ans Netz geht. Hier im Windpark Freiamt stehen insgesamt fünf Anlagen. Eine E82, 2,3 Megawatt, 138 Meter in der Narbenhöhe. Ja, ich finde das Design einfach geil mit der einfachen roten Flügelmarkierung. Ohr und natürlich der Tagesbefeuerung. Hier sieht man schön die Tagesbefeuerung. Finde ich immer toll. Ja, das ist hier die höchstgelegene Anlage. Dann haben wir noch mehrere E66. Hier eine E66 mit 85 Meter Narbenhöhe. 1,8 Megawatt. Ja, hier auf der Anhöhe hat man echt noch mal eine sehr schöne Aussicht. Die Anlagen stehen ja auch alle ziemlich verteilt. Hier sind noch zwei Anlagen. Noch eine E66 mit 2 Megawatt. Und die größte Anlage hier im Park ist eine E101. Die liegt am niedrigsten. Ja, hier hat man da noch mal eine tolle Sicht auf den umliegenden Schwarzwald. Hier liegt überall noch vereinzelt Schnee. Ein Großteil ist leider schon weggetaut. Hier hinten liegt Freiburg. Hier hinten, das ist auch cool, sieht man die Windräder in Freiburg. Im Vordergrund die 4 E66 auf dem Rosskopf. Und im Hintergrund die 2 E66 auf der Holzschlägermatte. Video dazu gibt es auf meinem Kanal über die Windräder in Freiburg. Ja, und die 4 E66 steht hier drüben. Das ist auch wieder eine E66 mit 85 Meter Narbenhöhe. 1,8 Megawatt. Ja, hier hinten auf den Anhöhen sind wir auch noch ein paar Anlagen. Hier hinten zum Beispiel sind die E101 im Windpark St. Peter. Die ich schon mal gefilmt habe. Video auch auf meinem Kanal. Und hinten stehen auch noch so ein paar Anlagen. E66 und ein paar kleine E40. Ja, das Wetter ist bescheiden. Also ist ganz okay. Hauptsache es regnet nicht. Aber es ist echt kalt hier. Echt kalte Hände. Jetzt steht doch so eine Mini-Anlage. Wahrscheinlich gehört die zu einem Bauernhof hier. Die dreht sich jetzt leider nicht. Cool. Ja, dann werde ich mal zu den Anlagen hinlaufen. Hier nochmal eine kleine Info zu den Anlagen, die hier stehen. Die sind alle nach den oben liegenden Hügeln benannt, auf denen sie stehen. Anlage Wiese, das ist eine E66 2001. Anlage Wald, auf dem 2001. Anlage Hohegg, April 2002. Das sind die drei E66 mit 1,8 Megawatt. Anlage Kölblingsberg, 2004, 2000 kW. Das ist die mit der roten Blattmarkierung. Anlage Scherberg ist die E82 von 2011 und die E1 von 2014. Hier stehen jetzt vier E66. Da fehlt eine. Wahrscheinlich wurde die dann schon repowered mittlerweile. Ja, ich stehe jetzt hier unter einer E66. Mit 85 Meter Narbenhöhe. Ja, Wind geht eigentlich ganz gut heute. Ist nicht super stürmisch. Gut zum Filmen. Aber das ist auch ein sehr guter Standort hier. So, ich bin jetzt hier nochmal bei der E82. Der höchstgelegenen Anlage hier im Park. Finde ich auch echt geil. Die E82 auf 138 Meter Turm. Finde ich immer beeindruckend. Ich finde das Design auch geil. Mit den einfachen roten Spitzen und der Tagesbefeuerung. Da sollte es viel mehr Anlagen geben. Finde ich echt cool. Ja, hier hinten nochmal der Windpark Biederbach. Ja, die EP3 sieht echt fett aus von hier. Echt krass. Aber ich wollte sie, würde sie endlich mal drehen. Die wurde ja jetzt auch schon Ende August fertig errichtet. Aber bisher hat sich immer noch nichts getan. Schade. Hier sieht man nochmal schön die zwei E66. 85 Meter Turm. Ist auch echt ein schönes Bild. Die haben noch diese ganz alte Tagesbefeuerung mit diesen mehrfachen Blitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Es gibt ja die, die das einfache Blitzen haben. Die haben mehrfaches Blitzen. Und die E82 hat ja eher so ein Leuchten. Es ist echt kalt heute. Ich habe nochmal auf die Temperaturanzeige geguckt. Es hat nur 5 Grad. Hätte besser mal Handschuhe mitnehmen sollen. So, hier hat man jetzt eine schöne Aussicht auf die E101. Auf dem Tenlebuehl. Die größte Anlage hier im Windpark. Steht auch relativ weit von den anderen Anlagen weg. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die noch zu Freiamt gehört. Oder ob die schon zu Gutach gehört. Ich meine, die gehört schon zu Gutach. Ja, 135 Meter Nabenhöhe. Hätte man eigentlich auf einen größeren Turm packen können. 149 Meter Nabenhöhe. Oder gleich eine E115 hinbauen, um die Windausbeute zu erhöhen. Na ja, da gab es bestimmt auch irgendwelche Restriktionen. Das ist immer so eine Sache im Schwarzwald. Es ist immer schwierig, wenn hier etwas bauen will. Weil hier überall so Einsiedlerhöfe stehen, die relativ... Ja, die ist auch relativ nah hier. Also ich weiß nicht, vielleicht 500, 600 Meter oder so. Das macht es immer schwierig, wenn man irgendwo etwas bauen will. Ja, hier hinten ist noch eine kleine E66. Auf dem Rohrharzberg. Auch ein sehr guter Standort. Ein schöner Blick ins Elsttal. Aber trotzdem sehr coole Anlage, die E101. Die wurde auch sehr oft gebaut hier in den letzten Jahren. Ja, hinten sieht man nochmal die Windräder in Freiburg. Hier sieht man nochmal schön das Blitzen von den Anlagen auf dem Rosskopf. Und im Hintergrund dann die E66 auf der Holzschlägermatte. Die laufen auch ein bisschen schneller. Und hinten dran, der Berg, das ist der Bällchen. Der zweithöchste Berg im Schwarzwald. Da liegt auch ziemlich viel Schnee. Ja, ich werde jetzt mal noch zu dem Hühnersädelturm fahren. In der Nähe vom Windpark Biederbach. Gehört auch zu Freiamt. Und von da aus sieht man den Windpark nochmal aus der anderen Richtung. So, ich bin jetzt hier auf dem Hühnersädelturm. Einer meiner Lieblingsplätze hier. Das Wetter hat sich leider ziemlich verschlechtert. Es regnet. Es ist ziemlich stürmig. Meine Kamera wird gerade echt komplett nass. Meine Hände sind am Einfrieren. Ja, hier hinten ist der Windpark Freiamt. Wo ich gerade eben war. Hier die E82 und die E66. Ja, die Sicht ist leider ziemlich schlecht. Hier sieht man nochmal schön den Windpark Biederbach. Die E92 und die E103 laufen gut. Die EP3 steht leider immer noch. Ich bin echt mal gespannt, wann die ans Netz geht. Vielleicht haben sie auch erst ab dem nächsten Jahr die Genehmigung. Das ist auch echt ein cooles Bild. Die E103 und im Hintergrund die E138. Ja, ich wollte eigentlich auch mal hier hochkommen, um mir den Baufortschritt im Windpark Hohenlochen mit dem EP3 anzuschauen. Aber keine Chance. Das Wetter ist zu schlecht. Schade. Ja, dann war es das hier von meiner kleinen Tour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Videos vom Windpark Biederbach, vom Aufbau und auch von der Inbetriebnahme gibt es auf meinem Kanal. Ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020